Drei Zimmerwohnung in Frankfurt am Main inklusive Tiefgaragenstellplatz, Kellerabteil, offene Einbauküche mit Kochinsel, 25 Quadratmeter große Terrasse mit zuzüglichem Balkon und viele weitere Highlights. Ist dein Interesse geweckt, dann könnte unser folgendes Immobilienangebot genau das Richtige sein. Ich wünsche nun viel Spaß mit dem folgenden Video. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020